Hi, ich heiße Dwayne March. Hinter mir sehen Sie das wunderschöne Neckartal unterhalb von Bad Wimpfen. Und dort haben wir unseren Hauptsitz, Bad Wimpfen. Die Natur ist uns sehr wichtig und deswegen arbeiten wir mit Freude in der erneuerbaren Energiebranche. Wir sind Photovoltaik-Experten. Wir sind seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Unsere Techniker sind sehr erfahren und verfügen über viel Wissen. Wir sind aber auch eine Familie. Wir arbeiten zusammen, viele von uns, seit Jahrzehnten. Und die Firma wird wie ein Familienbetrieb geführt. Wir nehmen auch natürlich neue Mitarbeiter auf. Wir haben Mitarbeiter aus Indien, aus Ungarn, aus Albanien. Vielleicht hören Sie das an meine Stimme. Ich komme aus den Vereinigten Staaten ursprünglich. Aber wir sind gemeinsam ein Team und wir arbeiten an ein gemeinsames Ziel. Und das ist nicht nur gute Geschäfte zu machen, aber auch dadurch zur Energiewende beizutragen, um diese wunderschöne Natur hier zu konservieren.